Der neu gewählte US-Präsident wird selbst beim besten Willen nicht alle Erwartungen erfüllen können, die in ihn gesetzt werden. Zudem ist fraglich, ob sein Wille wirklich so gut ist. Ein Standpunkt von Tom Oliver Regnauer. Warten wir es ab und werfen unterdessen einen Blick auf Donald Trumps erste Amtszeit. Denn auch diesbezüglich sagen Taten mehr als Worte. Während Trump sich derzeit als Gegner der Weltgesundheitsorganisation WHO geriert, war er als 45. US-Präsident mit Operation Warp Speed OWS für eine militarisierte Impfkampagne der Superlative verantwortlich, die 300 Millionen Dosen einer experimentellen mRNA-Gentherapie unters Volk bringen und den Herstellern mindestens 18 Milliarden Dollar in die Kasse spülen sollte. Anthony Fauci, den Trump heute gern öffentlich diffamiert, kümmerte sich für ihn um den Rollout der Injektionen und die damit verbundene Nudging-Propaganda. Für seine Verdienste im Rahmen von OWS erhielt Fauci von Trump am letzten Tag seiner Präsidentschaft eine Auszeichnung, wie eine Pressemitteilung im Archiv des Weißen Hauses belegt. Während Trump sich in den letzten Wochen medienwirksam von Fauci distanzierte und abstritt, diese Auszeichnung abgesegnet zu haben, verweisen Mitarbeiter des Weißen Hauses darauf, dass eine solche Auszeichnung gemäß Protokoll nur dann verliehen wird, wenn der Präsident sie persönlich autorisiert. Fragt sich, wer lügt. Daneben genehmigte Trump im Februar 2020 eine Zahlung von 1,16 Milliarden US-Dollar an Gavi, die Impfallianz von WHO, Weltbank, UNICEF und der Bill & Melinda Gates Foundation. Der Betrag sollte Gavi binnen drei Jahren über die CIA-Tarnfirma USAID ausbezahlt werden. Ungeachtet aller Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Kollateralschäden durch Lockdowns und partielle Impfpflichten, priest Donald Trump OWS stets als durchschlagenden Erfolg. Erst nach der Ankündigung, mit Kennedy kollaborieren zu wollen, hielt er sich mit dem Eigenlob zurück. Dass er sich in den Wochen vor dem Wahlkampf neu positionierte, dürfte also reine Wahlkampfstrategie gewesen sein. Wenn Trump nun in Aussicht stellt, Impfungen verbieten und Amerika gemeinsam mit RFK Jr. gesund machen zu wollen, ist das in Anbetracht der immensen Marktmacht von Big Pharma kaum als realistisch zu bewerten. Siehe Briefing des Roosevelt Institute vom 22. Mai 2019. Titel Kapern der Regierung, wie Big Pharma die Gesetzgebung übernahm. In Trumps Team wurden in den letzten Wochen bereits Stimmen laut, die forderten, sich von RFK Jr. zu distanzieren. Während Kennedy in einem Interview vom 28. Oktober verkündete, Trump habe ihm den, Zitat, Chefposten der Gesundheitsbehörde HHS versprochen, Zitat Ende, stellte Howard Lutnik, Vize-Vorsitzender von Trumps Transition Team, am 30. Oktober bei CNN fest, dass dies, Zitat, natürlich nicht der Fall sein werde, Zitat Ende, und man Kennedy lediglich Zugriff auf Daten gewähren wolle. Am 14. November gab Donald Trump dann allerdings bekannt, RFK Jr. tatsächlich zum Chef der HHS machen zu wollen. Die Nominierung muss aber noch vom Senat bestätigt werden und bis Januar kann noch einiges passieren. Die Vergangenheit lässt jedenfalls darauf schließen, dass weder Big Pharma noch WHO oder Gavi künftig unter der neuen Regierung leiden werden. Dann wären da noch die galoppierenden Staatsschulden der Vereinigten Staaten. Denn unter Trumps Ägide schöpfte die US-Zentralbank allein im Jahr 2020 über drei Billionen Dollar. Zitat, die Vereinigten Staaten haben im Juni mehr Geld gedruckt als in den ersten zwei Jahrhunderten nach ihrer Gründung. Letzten Monat war das Haushaltsdefizit der USA 864 Milliarden Dollar, größer als die Gesamtverschuldung von 1776 bis Ende 1979, Zitat Ende, so Dan Moorhead, CEO von Pantera Capital am 29. Juli 2020. Seit 2020 hat die Staatsverschuldung um knapp 12 Billionen Dollar zugenommen und belief sich im September 2024 auf 35,46 Billionen Dollar. Das sollten speziell Trump-Anhänger vor Ort nicht vergessen, wenn sie nun für den Wocheneinkauf deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Inflation sei Dank. Dafür hat Trump keine neuen Kriege angefangen, hört man immer wieder, wenn man auf dessen Verfehlungen hinweist. Stimmt, weil er fünf Krisenherde von der vorherigen Regierung geerbt hat und sich dort austoben konnte. Trump hat nämlich deutlich mehr Drohneneinsätze befohlen als sein Vorgänger. Obama autorisierte in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit 186 Einsätze, bei Trump waren es 238. Allein im Jemen hat die Trump-Regierung 176 Angriffe binnen zwei Jahren durchgeführt. Bei Obama waren es 154 in acht Jahren. Und während die Regierung unter Obama zumindest teilweise Daten zu den Opferzahlen dieser Einsätze veröffentlichte, änderte Trump die entsprechenden Transparenzanforderungen und veröffentlichte gar keine Daten. Laut einem Artikel von Foreign Policy vom 9. August 2017 ist Trump, Zitat, der 1970 von Samuel P. Huntington gegründete Magazin aus, Zitat, unter Trump haben die Vereinigten Staaten bis zum 31. Juli etwa 20.650 Bomben abgeworfen, das sind 80 Prozent der Menge, die unter Obama im gesamten Jahr 2016 abgeworfen wurden. Daten zeigen, dass die Vereinigten Staaten im Irak und in Syrien Bomben in beispiellosem Ausmaß abwerfen. Im Juli warf die Koalition zur Bekämpfung des Islamischen Staates, sprich die Vereinigten Staaten, 4.313 Bomben ab, 77 Prozent mehr als im Juli letzten Jahres. Im Juni lag die Zahl bei 4.848, 1.600 Bomben mehr als unter Präsident Barack Obama jemals pro Monat abgeworfen wurden. In Afghanistan ist die Zahl der abgeworfenen Bomben seit Trumps Amtsantritt ebenfalls sprunghaft angestiegen. Im April wurden im Land mehr Bomben abgeworfen als auf dem Höhepunkt von Obamas Truppenaufstockung im Jahr 2012. In diesem Monat bombardierten die Vereinigten Staaten das afghanische Mamanttal mit der größten nicht-nuklearen Bombe, die jemals abgeworfen wurde. Trump hat auch das militärische Engagement der USA in Ländern außerhalb der Kriegsschauplätze ausgeweitet, nämlich im Jemen, in Somalia und in Pakistan. In den letzten 193 Tagen von Obamas Präsidentschaft gab es in diesen drei Ländern 21 tödliche Antiterror-Operationen. Trump hatte diese Zahl verfünffacht und mindestens 92 solcher Operationen im Jemen, sieben in Somalia und vier in Pakistan durchgeführt. Zitat Ende. Klingt für mich jetzt nicht so ganz nach Friedenstauben. Wahrscheinlich war es am Ende nur die Hektik bei der Übergabe der Amtsgeschäfte im Januar 2021 oder der Stress permanenter Medienpräsenz, der Trump auch noch davon abhielt, Julian Assange oder Edward Snowden zu begnadigen. Immerhin war er, Zitat, kurz davor, einen der beiden auszuwählen, Zitat Ende, wie er in einem Interview für Daily Wire verlauten ließ. Am Ende blieb dann aber leider doch nur die Zeit für die Begnadigung der anderen 116 Personen auf der Liste. Dumm gelaufen. Wenden wir uns der Gegenwart zu und dem, was uns die nächsten vier Jahre erwarten könnte. Es muss ja jetzt auf jeden Fall alles viel besser laufen als in der ersten Runde, denn in den Augen vieler seiner Unterstützer habe Trump in der Zwischenzeit viel gelernt und wurde damals nur hinters Licht geführt. Überrumpelt vom tiefen Staat, den er eigentlich abschaffen wollte. Zudem hat er nun Elon Musk und RFK Jr. an seiner Seite, der gemäß Ludnik zwar keinen Job bekommt, aber immerhin steht irgendwo Kennedy auf der Banderole. Das ist doch auch was. Ernsthaft. Bereits im Rahmen seiner ersten Amtszeit plante Trump ein biometrisches System zur Ein- und Ausreisekontrolle zu etablieren. Es sollte zunächst nur für Ausländer gelten, aber jeder weiß, dass es nicht lange dauert, bis so ein System für jeden gilt. Dazu passt, dass seit Beginn des Wahlkampfes 2024 permanent von der Voter-ID gesprochen wird. Ausweise für alle gegen Wahlbetrug. Bisher besitzen nur knapp 40 Prozent der Amerikaner einen Reisepass, nur 8 Prozent verlassen im Urlaub überhaupt das Land. Die virtuelle Wand wird das ändern, nicht nur an der Grenze zu Mexiko. Denn über kurz oder lang resultiert das Projekt in der flächendeckenden Einführung einer E-ID. Basis für die E-ID oder Voter-ID-Infrastruktur könnte zum Beispiel E-Verify sein, ein vom Department of Homeland Security betriebenes Projekt zur Verifikation von Personen, dessen Nutzung für Personalabteilungen von Bundesbehörden seit dem 1. Oktober 2007 obligatorisch ist. Die Nominierung von Tom Horman als Chef der Einwanderungs- und Zollbehörde impliziert, dass genau dieser Kurs eingeschlagen wird. Horman ist Hardliner. Er war Teil des rechtskonservativen Project 2025 und befürwortet neben flächendeckender Biometrie auch die Trennung von Eltern und Kindern an der Grenze. Kein Zufall also, dass der Gründer der Cardano-Blockchain, Charles Hoskinson, die Regierung Trump ab 2025 in Bezug auf Krypto-Anwendungen beraten soll. Immerhin hatte Hoskinson bereits mit dem von Jeffrey Epstein finanzierten Ben Gorzel ein biometrisches E-ID-System für Schulkinder in Äthiopien entwickelt. Und nachdem die von Peter Thiel finanzierte Silicon Valley-Marionette J.D. Vance als Vizepräsident fungiert, hat auch der mächtigste Überwachungskonzern der Welt, Palantir, nun einen Fuß in der Tür des Oval Office. Mit diesem Setup dürfte der gläserne Bürger der Gegenwart bald ein Relikt der Vergangenheit sein. Ganz zur Freude von Ex-Spion John Radcliffe, dem neuen CIA-Direktor unter Orange Man. In Trumps erster Amtszeit war Radcliffe Director of National Intelligence unter George W. Bush zuständig für Antiterror-Operationen und nationale Sicherheit. Später leitete er zusammen mit John Ashcroft, Generalstaatsanwalt unter Bush und Architekt des Ermächtigungsgesetzes Patriot Act, ein Unternehmen für strategische Beratung, AGS. Im Dezember 2023 unterstützte John Radcliffe den Bilderberger, Kriegstreiber und Tiefenstaat Neocon Mike Pompeo bei der Erneuerung des Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, der die fortgesetzte anlasslose Massenüberwachung der US-Bevölkerung legalisiert. Und kaum war er nominiert, machte Radcliffe am 13. November 2024 auf Fox News wahrheitswidrig Stimmung gegen den Iran und unterstellte der dortigen Regierung Zitat kriegerische Handlungen, Zitat Ende, gegenüber den USA. Kollaborieren wird Radcliffe künftig mit Tulsi Gabbard. Sie beerbte ihn als Trumps neuer Director of National Intelligence. Gabbard war Mitglied der Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums WEF sowie des Council on Foreign Relations CFR. Beide Organisationen tilgten ihren Namen von der eigenen Homepage, nachdem Gabbard öffentlich über US-Biowaffenlabore in der Ukraine sprach. In Interviews bestätigt sie ihre Rolle im CFR allerdings selbst. Gabbard befürwortete die Covid-Impfkampagne und schmückte sich gerne mit dem Image Kriegsveteran, obwohl sie die Schrecken des Krieges lediglich aus sicherer Entfernung sah. Eine Opportunistin, deren konservativ-kritisches Image nichts weiter ist als ein wackeliges Kartenhaus. Zitat, ich war Kadett. Was ist das Motto der Kadetten in West Point? Du wirst nicht lügen, betrügen oder stehlen und diejenigen nicht dulden, die das tun. Ich war der CIA-Direktor. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Wir haben ganze Trainingskurse dazu absolviert. Zitat Ende. Mike Pompeo, April 2019. Und wer denkt, Donald Trump werde wenigstens die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung CBDC verhindern, irrt. Zumindest im Kern. Denn im Rahmen seiner Rede auf der Bitcoin-Konferenz 2024 sprach Donald Trump von Zitat, regulatorischer Klarheit, Zitat Ende, sowie der Zitat sicheren und verantwortungsvollen Expansion von Stablecoins, Zitat Ende. Damit bestätigte er, dass die Einführung von digitalem Geld über privatwirtschaftliche Entitäten erfolgen wird. Denn ein Konto bei der Zentralbank will niemand. Leider werden aber die Transaktionen all der ach so marktwirtschaftlich eingeführten Digitalwährungen zentral erfasst. Im Unified Ledger, deutsch einheitliches Hauptbuch der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BIZ in Basel. Was am Ende zum exakt gleichen Ergebnis führt, wie eine vom Staat oder der Zentralbank aufgelegte CBDC zu lückenloser Überwachung mit Interventionspotenzial. Zurück zur künftigen Regierung. Stabschef im Weißen Haus und damit mächtigste Frau in Washington soll Susie Wiles werden, bisher Co-Vorsitzende von Mercury Public Affairs LLC, einem Lobbygiganten, der unter anderem Pfizer, Gavi, die Vereinten Nationen oder SpaceX vertritt. Mercury Public Affairs gehört seit 2003 zur Omnicom Group, einem WEF-Partner für Öffentlichkeitsarbeit. Wiles gilt als die, Zitat, am meisten gefürchtete und am wenigsten bekannte Politagentin Amerikas. Zitat Ende. Als Außenminister nominierte Trump den von der Zionismuslobby korrumpierten Marco Rubio, einen Neocon, sprich militärischer Interventionismus und unilaterale Hegemonieansprüche. Den Posten des nationalen Sicherheitsberaters offeriert Trump dem ehemaligen Green Barrett, Spezialeinheit der US-Army, Mike Waltz. Neben Marco Rubio, der zweite Mann in der künftigen Regierung, der sich mit China anlegen möchte. Ergänzt wird das kriegsaffine Duo von Brian Hook, der dem Iran am liebsten sofort den Krieg erklären möchte und den Auftrag erhielt, Schlüsselpositionen im Außenministerium mit geeignetem Personal dafür zu besetzen. Der ehemalige texanische Kongressabgeordnete Ron Paul sieht in diesen Nominierungen, Zitat, einen schlechten Tag für jene, die an Amerika first glaubten. Zitat Ende. Sollte Trump die Unterstützung der Ukraine seitens Amerika tatsächlich beenden, dürften nämlich ersatzweise zuerst der Iran und langfristig eventuell gar China von der Demokratie aus der Luft beglückt werden. Darin wird auch die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen nichts ändern. Denn Elise Stefanik hat praktisch keine relevante Berufserfahrung und ist ebenfalls ein Neokon. Sowohl Stefanik als auch Rubio, Waltz oder Hook setzen sich für weitere Waffenlieferungen nach Israel und eine Fortsetzung des auch von israelischen Zeitungen als solchen bezeichneten Genozids in Gaza ein. Zitat, die westliche Zivilisation repräsentiert heute das Verständnis, dass Zionismus und Amerikanismus die Frontlinien der westlichen Zivilisation und Freiheit in unserer Welt sind. Zitat Ende, erklärte der Army-Veteran, United Against Nuclear Iran-Advokat und Ex-Fox-News-Mitarbeiter Pete Haggath im April 2019. An dieser faschistoiden wie imperialistischen Doktrin scheinen sich auch Trump und Co zu orientieren, denn Haggath wird nun Verteidigungsminister. Passend dazu wird Mike Huckabee ein bekennender Zionist der nächste US-Botschafter in Israel. Huckabee nennt das Westjordanland Judäa und behauptet entgegen historischen Fakten, dass es Teil Israels ist. Auch die Annexion der Westbank fände er in Ordnung. Seine Nominierung kann als Kriegserklärung an die Palästinenser verstanden werden, wohl wissend, dass Israels völkerrechtswidriges Vorgehen leicht zu einem regionalen, wenn nicht globalen Flächenbrand führen kann. Apropos globale Themen, dahingehend lohnt sich auch ein genauerer Blick auf die Hintergründe des bereits erwähnten Howard Lutnik. Diesen hat die Investigativjournalistin Whitney Webb am 7. November 2024 gewagt. Unter der Überschrift Macht euch bereit für den Kohlenstoffmarkt der Republikaner erklärt sie, Zitat, Viele der einflussreichsten Namen der kommenden Trump-Regierung sowie der vorherigen haben sich in den letzten Jahren intensiv mit der Schaffung von Kohlenstoffmärkten befasst, während andere eine langjährige Erfolgsgeschichte bei der Implementierung von CO2-Steuern und anderen Formaten der CO2-Bepreisung vorweisen können. Der wichtigste unter ihnen ist Howard Lutnik, Co-Vorsitzender von Trumps Transition Team, der erklärte, seine Aufgabe sei es, Talente für die kommende Regierung zu finden. Lutnik ist der langjährige Leiter von Cantor Fitzgerald, einem der ersten Akteure im Emissionshandel, der sich seitdem zu einem weltweit führenden Unternehmen für ESG-Investitionen, die Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur und grüne Anleihen entwickelt hat. So hat sich Cantors nachhaltiger Infrastrukturfonds ausdrücklich der digitalen Transformation, Dekarbonisierung und Verbesserung und Modernisierung alternder Infrastruktur verschrieben, während ein Hauptaugenmerk des Fonds darauf liegen wird, in Emittenten zu investieren, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen dazu beitragen, bestimmte Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Darüber hinaus ist Invenergy ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das im Rahmen von Bidens umstrittenem Inflationsbekämpfungsgesetz eine beträchtliche Menge an Subventionen erhalten hat und vom ersten Windmilliardär des Landes Michael Polsky geleitet wird, der wichtigste Bestandteil eines weiteren Infrastrukturfonds von Cantor. Lutnik sitzt auch im Vorstand eines Satellitenüberwachungsunternehmens namens Satellogic. Neben Lutnik ist der ehemalige Finanzminister von Trump, Steve Newchin, Vorsitzender des Vorstands. Auch Joe Dunford, ehemaliger Stabschef des US-Militärs unter Trump, sitzt im Vorstand. Satellogic ist integraler Bestandteil eines Konsortiums, das versucht durch undurchsichtige vertragliche Vereinbarungen auf kommunaler Ebene, einen riesigen Blockchain-basierten Kohlenstoffmarkt in Lateinamerika durchzusetzen. Dieser Kohlenstoffmarkt, der unter dem Namen Green Plus operiert, soll auf einer Bitcoin-Sidechain aufgebaut werden. Das entsprechende Emissionsgutschriftsystem ist für lateinamerikanische Gemeinden zutiefst ungerecht. So können die betroffenen Gemeinden beispielsweise nur Geld verdienen, wenn Einnahmen unter den für Green Plus anerkannten nachhaltigen Projekten generiert werden, während die Investoren von Green Plus den Großteil der Gewinne einstreichen. Das Programm würde Gemeinden außerdem ohne ihre Zustimmung dem Satellitenüberwachungsapparat von Satellogic, der mit der US-Regierung und dem israelischen Geheimdienst verbunden ist, aussetzen. Darüber hinaus ist Green Plus in bemerkenswerter Weise mit Personen verbunden, die Trumps Verbündeten in der Region nahestehen. So ist eine wichtige Persönlichkeit in Naib Bukeles politischer Partei, der Bürgermeister von San Salvador, Mario Duran, Vizepräsident einer der wichtigsten Gruppen, die das Green Plus-Programm orchestrieren. Während das Netzwerk Endeavor Argentina, das sehr enge Verbindungen zu Javier Milai pflegt, ebenfalls eng mit Satellogic verbunden ist. Satellogic ist ein von Endeavor unterstütztes Unternehmen, während Endeavors erster Milliardär und Unternehmer Markus Galperin von MercadoLibre im Vorstand von Satellogic sitzt. Darüber hinaus ist ein weiterer wichtiger Investor von Satellogic der Dollar-Stablecoin-Imitant Tether, auch eng mit Howard Lutnik verbunden. Lutnik ist langjähriger Fürsprecher von Tether. Und Cantor Fitzgerald hält den Großteil der US-Staatsanleihen von Tether, um deren Stablecoin und seine Bindung an den US-Dollar zu stützen. Zitat Ende. Das sollte Wähler, die dem Klimawandel-Narrativ und Digitalwährungen skeptisch gegenüberstehen, hellhörig werden lassen. Denn auch wenn Donald Trump im Rahmen seiner öffentlichen Auftritte gegen die Nachhaltigkeitsagenda wettert und der leitmediale Komplex seine entsprechenden Phrasen für Konterpropaganda nutzt, sprechen die Taten wieder einmal eine ganz andere Sprache. In Anbetracht vorgängig beschriebene Umstände sieht es nämlich nicht so aus, als widersetze sich der 47. US-Präsident dem Nachhaltigkeitskorporatismus der UN. Im Gegenteil. Der König ist tot, es lebe der König Die neue US-Regierung wird die gleiche Agenda fahren wie die alte, nur die Vermarktung ändert sich. Das kündigte Lynn Forrester der Rothschild CIC schon vor über einem Jahr bei Bloomberg an. Genau wie Larry Fink Blackrock. Die Einführung biometrischer Massenüberwachung wird nun mit der Migrationskrise und drohendem Wahlbetrug mit der Stärkung der Demokratie gerechtfertigt, anstatt mit einem Virus. Den Krieg in der Ukraine wird man nicht weiter unterstützen. Diesen Brandherd sollen die Europäer am Kokeln halten, damit man endlich den Iran und China ins Fadenkreuz nehmen kann. So ein Dritter Weltkrieg wäre nämlich ein profitables Geschäft. Das Klimawandel-Narrativ wird man öffentlich negieren und verhöhnen, während die Agenda 2030 trotzdem umgesetzt wird. Gleiches gilt für Totalüberwachung, Genderwahn, globale Gleichschaltung von Lerninhalten und die schleichende Digitalisierung des Weltfinanzsystems. Denn auch diese Programme werden von überstaatlichen Akteuren vorangetrieben und entziehen sich dem Einfluss nationaler Regierungen. So funktioniert Korporatismus. Ernüchternd ist vor allem, dass sich die Bevölkerung, die in den letzten vier Jahren tatsächlich ein gewisses Maß an rebellischem Potenzial entwickelte, wieder einmal täuschen lässt. Trump-Hype, wohin man schaut. Selbst die Corona-Dissidenten, selbst jene, die dem Staat aufgrund von Covid-Lügen, Green Economy, Deindustrialisierung und militantem Neo-Imperialismus zusehends kritisch gegenüberstanden, haben sich in weiten Teilen von den leeren Versprechungen der MAGA-Promotion und ihren Sekundanten blenden lassen. Sie werden genauso desillusioniert zurückbleiben wie einst die auf Hub geeichten Obama-Fans und sich in ein paar Jahren vermutlich trotzdem wieder an die Wahlurne schleppen, weil sie auf den nächsten Erlöser hoffen, anstatt selbst die Welt zu verändern. Zur Wahl stehen aber jeweils nur verschiedene Geschmacksrichtungen der gleichen bitteren Pille-Marke Unterdrückung. Keine Unterdrückung, das ist natürlich keine Option, das steht nicht auf dem Wahlzettel. Linke gegen Rechte, Demokraten gegen Republikaner, Christentum gegen Islam. Bevölkerungsgruppen, die man gegeneinander aufwiegeln kann, finden sich dagegen immer. Präsentiert man ihnen einen verheißungsvollen Erlöser, werden sie ihn unterstützen, um die andere Gruppe loszuwerden. Das ist Herrschaftsdialektik. Man bringt die Menschen dazu, um Dinge zu betteln, die ohnehin eingeführt werden sollen. Und der einzige Gewinner in diesem immer riskanter werdenden Spiel ist die Prädatorenkaste. Zitat, die mächtigste Waffe in den Händen der Unterdrücker ist der Geist der Unterdrückten. Zitat Ende. Stephen Bantu Biku. Wer Donald Trump unterstützt, ist nicht für Frieden und Freiheit, sondern nur gegen das, was die andere Seite will. Denn Donald Trumps Interesse gilt nicht Frieden und Freiheit, sondern Donald Trump. So war es sein ganzes Leben lang. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolloot am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf Apolloot.net slash unterstützen. Apolloot ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolloot Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf Apolloot.net slash Newsletter. Natürlich gibt es Apolloot auch als App. Einfach auf Apolloot.net slash App runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolloot. Jetzt erst recht.